Willkommen bei NOAA Software, Vereinsverwaltung für Fördervereine. Mit diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Verwaltungsarbeiten zukünftig schneller, einfacher und übersichtlicher gestalten können. Warum arbeitet Ihr des Vorstandsmitglied alleine? Die Erklärung ist ganz einfach. Sie arbeiten zwischendurch, wenn Sie Zeit dafür finden und das am liebsten von zu Hause aus. Wäre es nicht sinnvoller, wenn alle zusammenarbeiten würden? Wie kann dies geschehen, ohne dass Sie grundlegend etwas an Ihrer Arbeitsweise verändern müssen? Wir haben uns das ebenfalls gefragt und haben dafür NOAA entwickelt. Eine Software, die alle Verwaltungsbereiche verbindet und automatische und intuitive Kommunikation schafft. Jeder arbeitet wann und wo er will. Jeder hat den gleichen Datenstand in Echtzeit. Ihr Vorteil? Weniger Verwaltungsaufwand durch exzellente Übersicht, mehr Zeit für Vereinstätigkeiten, die Ihrem Budget zugutekommen. Die modular aufgebaute Software NOAA bietet Ihnen schon im Basisprogramm die wesentlichen Instrumente, um die Verwaltung Ihres Fördervereins zu organisieren und zu optimieren. Aufwand auf das Basisprogramm können Sie NOAA vielfältig erweitern und auf Ihre Bedürfnisse jederzeit anpassen. Durch eine übersichtliche und intuitive Oberfläche fällt es selbst Computerneulingen leicht, NOAA nach kürzester Einarbeitung zu erlernen. Die Oberfläche von NOAA ist in klar zu unterscheidenden Bereiche unterteilt. Im oberen Teil sehen Sie die Menüleiste, welche in logischen Gruppen strukturiert ist. Die Funktionen können ohne Umwege direkt abgerufen werden. Direkt darunter befindet sich die Filterleiste, über die Sie sekundenschnell Datensätze finden und selektieren können. Anknüpfend daran finden Sie die Spaltenüberschriften für die darunterliegenden Datensätze. Aufgrund von unterschiedlichen Bedürfnissen lassen sich die Spalten individuell an jedem Arbeitstats nach Wichtigkeit anordnen, ein- und ausblenden sowie sortieren. Die Datentabelle enthält die Stammdaten eines jeden Mitglieds. Die Fußleiste zeigt Ihnen wichtige Zusatzinformationen zu Ihrer Auswahl in der Datentabelle. Die Datenquelle ermöglicht Ihnen, verschiedene Gruppierungen logisch zu strukturieren. So können Sie beispielsweise mit Mitgliedsgruppen, Mitglieder, Mitarbeiter sowie Sponsoren oder weitere Personengruppen unterteilen. Beitragsgruppen hingegen ermöglichen Einnahmen für beispielsweise Mensa, Betreuung, AGs, Verleih, automatisiert zu einem Mitglied zuzuordnen und abzurechnen. Die in der Datentabelle enthaltenen Datensätze können einzeln oder in der Masse behandelt und verarbeitet werden. Um immer die richtige Auswahl zu treffen, kann die mächtige Filterfunktion benutzt werden. Filtern Sie durch Eingaben über der entsprechenden Spalte die gewünschten Schnittmengen. Viele Funktionen in NOAH sind als Einzel- oder Massenfunktion verfügbar. Die Einzelfunktion bezieht sich immer auf den jetzt ausgewählten Datensatz, hier in grün. Die Massenfunktion bezieht sich im Gegensatz auf alle Datensätze bzw. auf die gefilterte Menge. Die Gruppe Datensatz, ganz links, beinhaltet die grundsätzlichen Funktionen zu einem Datensatz – Anlegen, Editieren oder Archivieren. Im Bereich Notizen befinden sich alle Informationen, angefangen von Notizen zu Telefonaten, aber auch Verweise auf Lastschriften, Briefe und gesendete E-Mails. Das Dokumentenmodul ermöglicht das papierlose Büro. Hinterlegen Sie zu einem Mitglied Briefe und Dokumente wie Beitrittserklärungen, Quittungen, Einzugsermächtigung und aller anderen erdenklichen Schriftstücke. Senden Sie über das E-Mail-Modul einzelne oder viele Mails. Ideal für Newsletter, um kostengünstig Ihre Mitglieder zu informieren. Geben Sie dabei an, wer sich um die Antworten kümmern soll. Die Serienbriefe erledigen die gleiche Funktionalität, jedoch auf postalischem Weg. Bei beiden Varianten wird stets im Verlauf genau aufgeschlüsselt, wer wann was erhalten hat. Unter dem zweiten Register Zusatzfunktion im Bereich Banking finden Sie ein mächtiges Tool, um Lastschriften für Einzelpersonen, mehrere Personen oder ganze Mitglieds- und Beitragsgruppen einzuziehen. Nur erledigt dies über den allgemein anerkannten Bankenstandard. Die sogenannten Schnellsummen zeigen in Bezug auf die aktuelle Ansicht unkompliziert kleine Statistik-Summen. Möchten Sie komfortabel Ihre Daten aus alten Verwaltungsarchitekturen übernehmen, benutzen Sie die dafür vorgesehene Microsoft Excel Import-Funktion. Benötigen Sie Datenauszüge, so können diese mit nur wenigen Klicks über die Microsoft Excel Export-Schnittstelle erstellt werden. Noa ist ein ständig wachsendes Softwareprodukt, welches über die automatische Update-Funktion regelmäßig und kostenlos verbessert wird. Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.noa-software.de und vereinbaren Sie mit uns einen kostenlosen Präsentationstermin vor Ort oder live über das Internet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!